Pammel Groß, Stanton, ganz weit mit vorn, keine Strafe, da lügt ein Mann einmal ab, regungslos auf den Boden, das Spiel läuft weiter. Das ist Pammel Groß, der Kapitän. Scheint mir damit, du Hinterkopf aufs Eis gestragen zu sein. Absolut fairer Check von Toni Porca. Und dann sehen sie es, voll mit dem Kopf aufs Eis. Ein harter Check von Porca, zweifellos, aber im Bereich des Erlaubten, er lässt ihn da richtig auflaufen. Groß hat auch in dem Moment nach unten geguckt. Groß ist genommen. Als Sie sehen, Porca ist einer der härtesten Checker der Liga, absolut. Er ist hier nicht mit Anlauf in den Spielereien, dem Pammel Groß. Er ist da rückwärts geklitten. Natürlich, kein Spaß für ihn. Für mal einorenges L MP ever. Bei euch wieder auf uns an die Nivea bis zum Abschluss aufs Eis ongel't geht es jetzt oder gemacht wird über Deutsch HEHR schon dafür, wenn man nicht beobachten kann. Vielen Dank.